Gönnen was geiles Digga! Boah, kaum mit der Arbeit. Junge, verpiss dich doch Digga! Warum ja? Warum? Wurde so durchgereicht am Ende Digga! Aua, aua, aua! Klipp denn Digga! Klipp denn Piss! Hä? Oh! So Freunde der Sonne, wir gehen jetzt in Mario Kart rein und ich zeig euch wie man ein paar Randoms zerflasht. Ich zeig euch wie das hier läuft. Wie lange ich Warzone nicht mehr gespielt habe, neue Season jetzt in Mario Kart, morgen gehe ich wieder in Warzone und so. Wisst ihr was ich meine? Unnormal bringt das Spaß. Bist du auch viel motivierter was zu spielen. Und jetzt zeig ich euch wie Mario Kart geht, he? Zack, nehmen wir die Powerboost, die müssen wir anfangen. Zack. Ja, ich zeig auf Twitch. Digga ey, die Reifen sind ja richtig rot. Was sind das für Reifen? Was habe ich da gemacht? Ganz schlimme Reifen, wie ist das Spiel? Ey, warum habe ich Pils nicht aufgewählt? Pils immer auf der Map aufgefahren, ganz ganz wichtig. Was geht, was werbt sich das? Pilze auf dieser Map, sowas von wie. Jungen, wir mal aufbewahrt. Pilze müssen aufbewahrt werden auf der Map. Das ist eine goldene Regel auf der Map. Ich habe so gechockt. Oh mein Gott. Ich habe so gechockt. Oh mein Gott. Ja. Oho, Pilze gönne Pilze. Ich gebe nochmal. Ja, was schon zu machen. Ich habe noch jeden Warnern in den Scheiß drauf. Scheiß drauf. Nein, nein bitte nicht, bitte nicht. Nein, nein bitte bitte, bitte. Oho, ich war. Hauptsache Doppelgeschenk. Pilze, 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 Pilze. Boah, das war 4 Euro, bitte. Ja, das war auch ganz dick. Aber wir sind safe. Bisschen attackieren auch nebenbei. Richtig. Jetzt nur noch attackieren. Jetzt müssen wir rein. Ganz oder gar nicht. Komm, Doppelgeschenk. Ich hab kein Geschenk bekommen, verpiss dich, Digga. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Scheiße, Digga. Ja, das Geschenk war so wichtig. Hätte ich bekommen, nicht mehr. Pilze, 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 Pilze. Ja, gechokt, Digga. Ich hab so gechokt. Ja, noch blöd. Ich schwör's dir mal. Okay, plus null Scheiß drauf. Meine Runde wurde zerstört, weil ich dieses eine Geschenk da nicht bekommen hab. Ich hab wieder voll Schreiben drauf, Mann. Und diese roten Spiele. Ja, ich weiß, weiß, weiß. Ich weiß, weiß. Hey, was ist die Lunde? Alter, ich hab Schenkel. Ja, Junge, wenn du die Scheiß-Dings, Digga. Ja, okay. War zwischen den Geschenken durch, Digga. Und Mario Kart, Alter, heftig. Oh, noch Glück hab. Wenn ich da runtergefallen bin, wenn ich durchgelebt. Ja, okay, was ist denn die Lunde dabei? Sind die reißen? Ich glaub nicht, Scheiße sind die reißen. Rakete, da ist sie doch. Rakete rettet jetzt nicht gut. Ich weiß, wie lange ging die Rakete? Lymphen auch wichtig. Ganz ehrlich zusammen. Lymphen sind Game Changer. Also Lymphen, das ist eine Lymph. Digga, war Junge, ein Lymph. Ja, geht auch nochmal lang. Ey, wirst du verletzt? Akkui! Ja, okay. Ich bin 11er und krieg Pilze, Digga. Siehst so jahle aus, Digga. Obwohl ich hab's irgendwie im Chat. Gönnen, was Geiles, Digga. Boah, kaum mitarbeiten. Junge, verpiss dich doch, Digga. Warum, ja? Warum? Wurde so durchgereicht am Ende, Digga. Aua, aua, aua. Aua, Digga. Was hab ich eigentlich geholt, Mann? Ich glaub, Stern, ne? Ich krieg ne Blaue am Ende. Und ich sag, damit kann man arbeiten. Gönn doch Blitz. Wenn nicht 11er wird, ich weiß, 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 wie man rückwärts guckt. Warte, warte. Big Blue ist meine Map. Oh, bist du jetzt super Klingel fahren, oder? Guck mal hier, guck mal bitte. Nö, Mann! Guck mal, jetzt schon verkackt, weil ich hier in dieser... Ich bin hier in dieser Bananen. Ich bin... Digga, die laufen nicht so schwer. Was für Bananen. Was wäre, Prolin? Was geht? Und dieser Abkult, wie habt ihr gesehen, Shed? Da ist er noch. Er war nie weg. Digga, warum, Digga? Mein Stern ist gerade zu Ende. Wieder acht. Digga, die Lobby sind so close. Alles beieinander. Digga, Mario Kart bricht mich gerade so doll. Und ich fahr gut. Ich schwöre, ich fahr grad gut. Guck mal, super. Guck mal, wie ich's doppelt geschenkt. Ich bin richtig gut. Panik, wurde zweimal getroffen. Siebt da. Die Lobby ist richtig schwitzig. Aber richtig schwitzig. Wir haben nochmal gut gefahren gerade, oder nicht? Ah, heftig. Wir suchen neue Lobby. Die war zu hart. Die war wirklich zu hart. Mario Kart hat mich gerade in vier Runden gebrochen. Gebrochen. Dein siebter, zwölfter, elfter und so. Hart. Die war vom approximationen. Die war vom Die war vom